jo was geht meine gta freunde aus der liebe listen willkommen zurück zu gta 5 online und ich habe heute ein extra geilen glitch für euch wir super einfach geld machen könnt schaut mal oben rechts auf mein geld ich bekomme alle zwei sekunden 1000 dollar und das beste daran ist ich mache gar nichts ich stehe einfach nur blöd da und ich krieg 1000 dollar alle zwei sekunden das ist doch ein geiler glitch für anfänger zum beispiel oder für die die jetzt arbeiten gehen müssen oder in die schule gehen müssen ich kann jetzt schön hier geld machen in gta nebenher ein käffchen trinken oder was auch immer machen und in gta bekomme ich geld der glitch ist mega einfach ihr braucht nicht viel dafür müsst einfach nur in eine freundessitzung gehen also eine geschlossene freundessitzung oder einladungssitzung weil da seid ihr dann sicher da können keine andere spieler kommen und euch töten dann braucht ihr noch eine garage und ein auto in der garage mehr braucht ihr nicht so ihr geht jetzt einfach nur in eure garage und steigt in euer fahrzeug ein es ist egal welches fahrzeug ihr auswählt ihr steigt einfach nur in irgendein fahrzeug ein aber es muss in einer garage stehen als ich habe es probiert mit arena werkstatt da hat es jetzt leider nicht funktioniert wie gesagt geht in eine garage wenn ihr dann im auto sitzt holt ihr euer handy raus und ruft läster an jetzt kommt halt ein kleiner tricky part denn ihr müsst schnell sein sobald läster rangeht drückt ihr sofort zweimal steuerkreuz nach oben und dann x und gas gleichzeitig ich werde es euch jetzt nochmal in slow motion zeigen also läster geht ran ihr geht mit dem steuerkreuz nach oben zweimal x und gas gleichzeitig ihr werdet dann aus der garage fahren und habt dann über der map die meldung ein flugzeug wurde gefunden jetzt fahrt ihr einfach nur runter richtung flughafen was ich euch noch sagen möchte wenn ihr jetzt den glitch fehlt kein problem ihr sucht euch jetzt eine neue sitzung also öffnet eine neue sitzung und macht es dann noch mal von vorne wenn ihr dann im flughafen seit geht ihr zu dem hangar der gleich am anfang erscheint und dann lauft ihr einfach nur richtung dem großen eingang ihr werdet dann oben rechts irgendwann mal sehen oh ich habe 4000 dollar geschenkt bekommen geil ab diesem moment wenn ihr die 4000 dollar geschenkt bekommen habt bleibt ihr stehen und wartet und dann werdet ihr auch feststellen ihr kriegt dann alle zwei sekunden 1000 dollar jetzt präpariert ihr einfach nur euren controller so dass die kamera einfach nur um euch herum geht also den rechten stick mit einem gummiband einfach fixieren euren controller ans ladekabel also zum laden anhängen und ihr werdet dann ununterbrochen geld machen ich habe hier so eine kleine liste da steht dran wie viel geld ihr bekommt wenn ihr den glitch jetzt macht bekommt ihr jede minute 30.000 dollar ihr bekommt jede 10 minuten 300.000 dollar 30 minuten bekommt ihr 900.000 dollar und jede stunde 1,8 millionen und jetzt rechnet es einfach mal hoch für die zeit die in der schule verbringt oder während ihr schlafen tut oder arbeiten zeit da kommt schon einiges an geld rum ich hoffe euch hat das video an sich so gefallen wenn ja würde ich mich selbstverständlich über ein like freuen wenn ihr neu hier seid dann natürlich auch über ein abo also macht's gut haut rein und ciao